Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Teil. Nee, Quatsch, noch lange nicht. Ja, jedenfalls habe ich ja diese MS-kranke Freundin jahrelang mit der zu tun und natürlich habe ich auch mir gewünscht, dass sie gesund wird oder zumindest habe ich gehofft, dass sie keinen nächsten Schub bekommt, dass es nicht noch schlimmer wird, weil sie hatte einen sehr, sehr schweren Verlauf. Es wurde immer schlimmer, aber nicht kontinuierlich, sondern immer mit so einem Riesenschub. Das heißt, sie hat dann immer gleich die Kontrolle über eine ganze Körperhälfte verloren oder sowas und war auch schon halb blind und eben hatte eine Spastik und eine Lähmung. Jedenfalls ist es während unserer Beziehung, hat sich das nicht verschlechtert, sondern es hat sich ein bisschen verbessert auch. Hat sie leider auch nicht so zugegeben, ist auch sehr schwierig für sie überhaupt, weil Verbesserungen sind halt in ihrem Muster nicht so positiv gewesen, weil sie eben einfach in diesem komischen Familienmuster als Nesthäkchen oder sowas oder als wichtiger kranker Teil der Familie da quasi gedacht hat, sie würde vielleicht irgendwie alleine nicht zurechtkommen oder so ohne ihre Familie und deswegen hat sie immer dagegen angekämpft zu heilen und es war dann halt ein ewiger Kampf, weil ich hätte gerne, dass sie gesünder wird und habe halt immer versucht, sie zu überzeugen, dann doch eine Heilung in Anspruch zu nehmen, auch mal alternative Wege auszuprobieren und deswegen habe ich dann auch versucht, sie mitzunehmen zu meinem Yogameister und wir hatten da einen Termin ausgemacht und glücklicherweise haben wir halt auch schon am Telefon besprochen gehabt, dass wir freie Energiegeräte bauen wollen, also solche Geräte, mit denen man eben Strom herstellen kann, die die Schwingungen, also elektromagnetische Schwingungen der Umgebung umwandeln in Strom und davon ist ja unendlich viel vorhanden, also kann man das eigentlich ganz gut. Und wir wollten, wir haben Baupläne gehabt und wollten die mal versuchen umzusetzen, mal haben überlegt, ob wir ein Team zusammenstellen und so in Deutschland, weil in Deutschland gibt es ja noch nicht so viele Teams, die sich mit sowas beschäftigen und ich kannte auch niemanden, der jetzt Ahnung davon hat, ich bin halt kein Elektriker und kann sowas nicht bauen. Ja, jedenfalls habe ich dann auch schon mit dem Gedanken gespielt, wie das selber mal zu lernen, Elektriker zu werden oder Elektromagnetismus, damit ich eben sowas besser bauen kann, die Schaltpläne lesen kann und so. Naja, aber es ist halt schwierig für mich da irgendwie, mich nochmal in dieses System einzugliedern, weil, ja, wie gesagt, ich bin halt schwer gebranntes Kind, was das angeht. Ich bin ja, nachdem ich die Physiotherapieausbildung, nachdem die gescheitert ist, bin ich ja auch obdachlos geworden. Meine Familie hat mich hängen lassen, kurz vorm Examen und mein Vater hat mich dann irgendwie, weil er meinte, ich müsste irgendwie in psychologische Behandlung, hat mich dann in die Klinik gefahren und meinte so, du kriegst eine ambulante Therapie, aber es gab halt keine ambulante Therapie, sondern die haben mich direkt erstmal da behalten. Ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ich verliere meinen Lebensmut, wenn meine Familie nicht hinter mir steht. Und, ja, das war dann der Auslöser, dass ich das nicht weitermachen konnte, weil ich konnte mein Examspraktikum dann nicht antreten pünktlich. Als ich dann da schon unpünktlich war und es sowieso schon nicht gut lief direkt am Anfang, hatte die mich eh schon auf den Kicker und dann hat ein Mitschüler von mir ausgelabert, dass ich in der Psychoklinik war. Ich war zwar nur drei Tage da, die mussten mich wegen einer leichten Depression direkt wieder entlassen. Konnten halt nichts weiter feststellen in dem Moment. Ja, und dann konnte ich aber das Praktikum nicht machen. Das war der auch egal, die wollte gar nicht wissen. Ich hätte die ärztliche Schweigepflicht aufgehoben, damit sie sich da hätte informieren können. Aber das war ihr alles egal, der Chefin damals. Und deswegen hat sie gesagt, ja, hast du Pech gehabt, im Prinzip. Meine Direktorin und Klassenlehrerin zu der Zeit hat sogar noch händeringend versucht, eine andere Stelle für mich zu finden da. Aber nichts. Und danach bin ich halt richtig depressiv geworden und zusammengebrochen. eigentlich war mein Plan halt erst die Ausbildung fertig zu machen, das Examen zu machen. Ich hatte auch gute Chancen, das zu schaffen, vielleicht mit ein paar Nachprüfungen, weil ich nicht so gut auswendig lernen kann. Aber ich hätte es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und danach bin ich halt nach England gegangen, war obdachlos. In England habe ich zufälliger, komischerweise auch irgendwelche schneller Jobs gefunden. Ich bin dann nur wieder zurückgekommen, weil mein Vater im zweiten Jahr Obdachlosigkeit dann zu mir kam, nach England und hat mich darum gebeten, wieder mit zurückzukommen. Und ich bin dann zwar nicht direkt mitgekommen, aber bin dann zwei, drei Wochen später nachgekommen. Ich hätte da auch einen Job noch gehabt in England. Hätte vielleicht sogar eine Ausbildung machen können als Koch. Aber ich habe halt dann irgendwie gedacht, mein Vater würde sein Versprechen einlösen, dass er mir vor dem Klinikbesuch gegeben hat, dass er mir hilft, die Ausbildung fertig zu machen. Hat er aber auch nicht. Der hat mich dann auf die Straße gesetzt im Winter, irgendwie im Herbst, weil die Heizung in dem Zimmer nicht ging, wo ich da gewohnt habe. Und er meinte dann so, du kannst hier nicht bleiben, auch wegen Amt. Und Probleme. Und dann wollen die noch vielleicht an sein Geld und so. Da hatte der Angst. Ja, den ganzen Scheiß halt. Und dann war ich in so einem scheiß Obdachlosenheim, wo für Ex-Knasti ist ganz toll. Wunderbar. Da habe ich die ganzen traumatisierten Ex-Knastis um mich herum gehabt. Das hat er richtig gut getan. Dann habe ich da sogar auch Hilfe gehabt. Und wir hatten eigentlich alles schon geregelt mit dem Amt. Die Leute da von dieser Anstalt da, die haben mir auch geholfen. Die kannten sich ja aus mit Ämtern und so. Dann hatte ich auch einen Fallmanager beim Arbeitsamt. Und es hieß sogar, ja, wir können besondere Gelder klar machen, damit sie die Ausbildung zu Ende bringen können. Aber die Schule hat dann gesagt, ja, sie haben länger als ein Jahr gewartet. Und dann müssen sie die Ausbildung von vorne beginnen. Und ja, das habe ich dann. Das war mir dann zu viel. Konnte ich nicht. Noch mal drei Jahre. Noch mal Schule. Noch mal Scheiße. Noch mal gemobbt werden am besten, eh. Keine Ahnung. Ja. Scheiße halt. Ja, auf jeden Fall. Ja, wo war ich? Genau. Wir sind dann nach Trier und haben meinen Yogameister da treffen wollen. Es war, ja, eigentlich alles in Ordnung. Wir hatten das Hotel gebucht und so, damit wir uns da treffen konnten. Und eine Nacht da auch übernachten konnten. Und hatten auch mit mehreren Leuten von unserer alten Yogagruppe da schon was ausgemacht. Und dann haben die, hat die Polizei meinen Yogameister irgendwie mitten auf der Straße abgefangen, als er noch auf dem Weg war dahin. Und haben den mitsamt Fahrrad umgerissen. Und haben dann angefangen, da, ob er dann seine Personalien dabei hatte. Und er hatte seinen Reisepass zu Hause gelassen. Und, ja, da gibt es auch ein tolles Video zu. Das hatte ich sogar mal verpixelt. Vielleicht lade ich das dann auch an der Stelle nochmal hoch. Denn, ja, seht ihr es jetzt? Das dürfen sie überhaupt nicht. Das dürfen sie nicht. Das dürfen sie nicht. Sie haben keinerlei Grund, ihn zu fesseln. Sie haben keinen Kraft gefehlt. Sie haben keinerlei Grund, irgendetwas hier zu tun. Oder Handkreis, passen Sie mich nicht an. Ja, ich habe einen Ausweis dabei. Den dürfen sie auch gerne haben. Ja, dann geben Sie mir den bitte. Lass da den Detentier abgeben. Ne, das lasse ich nicht. Sie dürfen gerne meine Personalien prüfen. Ja, die prüfen wir auch. Aber sie haben absolut kein Recht, hier irgendwelche Leute ohne Grund festzuhalten. Ja? Sie bleiben hier. So, hier ist meine Geburtsurkunde, die Kopie von meinem Personalausweis und noch ein weiterer Ausweis. Das sind keine Originale. Natürlich, das ist ein Original von der Geburtsurkunde. Das hier ist ein weiterer Ausweis, der auch rechtsgültig ist. Weltisch-Riesischer Bekennungsausweis. Ja, der weist mich als natürlichen Menschen aus. Laut Minderheiten gesetzt natürliche Menschen. Ja. Ich habe noch keine Fragen gegeben. Wolli, komm, Sie schreiben Sie zum Transportieren. Sie artet die Fahrt aus. Was denn? Was artet denn aus? Hier ist niemand ausgelastet. Ich habe das auf Video. Ich habe das auf Video. Hier ist niemand ausgelastet. Machst du hier kümmern. Ja. Der hat mir mein... Er ist aus der Hand gerissen. Der verhindert, dass die Kamera ausweich dem hilft. Bleiben da weg. Ja. Wir haben voll mit euch bei den Handel und das... Das ist nur da verweich. Wovor habt ihr denn Angst? Wir tun euch doch gar nichts. Wir tun euch doch gar nichts. Wir tun euch doch gar nichts. Der geht nicht irgendwohin hier mit. Pass auf. Wenn Sie verhindern, dass dieser Mann gleich mit uns fährt, dann machen Sie sich auch strafbar. Ja, okay. Dann mache ich mich strafbar. Und wenn das Video veröffentlicht wird, dann habe ich auch strafbar. Ja, das Video wird veröffentlicht. Deswegen halt nicht das mal hier. Es gibt keinerlei Strafen. Nein. Lassen Sie mich jetzt zu dem Herrn da durch. Lassen Sie mich zu dem Herrn da durch. Lassen Sie es. Sie haben absolut gar kein Recht, diesen Herrn mitzunehmen. Mit was für einem Gesetz begründen Sie, dass Sie ihn jetzt mitnehmen dürfen? Sie kommen jetzt mit... Mit was für einem Gesetz dürfen Sie das aufsuchen? Geht hier aufs Seite. Mit was für einem Gesetz dürfen Sie das begründen? Ich möchte zuerst die genauen Gesetzesklauseln hier erläutert haben und zwar komplett. Exakt. Ich will das genau erläutert haben. Detailreich und genau exakt erläutert. Das muss Ihre Kompetenz sein als Polizist. Sie, das geht Sie gar nichts an. Das ist eine Maßnahme gegen mich. Das ist auch eine Maßnahme gegen mich. Sie haben mich jetzt verbrannt mit Ihrem komischen Reich. Ja, dann zeigen Sie mich halt an. Holen Sie das jetzt weg, wenn Sie nochmal Ihre Hand in meine Richtung erheben. Ich lasse mich nicht verbrennen von Ihnen. Ist das klar? Gehen Sie das mal bitte. Nein. Und dieser Herr geht mit uns. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und wenn Sie das vereiteln lassen, Sie sind strafbar. Der geht mit uns, weil wir ihn durchsuchen werden, um rauszufinden, wer er ist. Sie haben meine Kamera gerade angefasst, Sie haben keine Rechte hier zu, Sie haben kein Recht dazu. Absolut nicht. Und Sie haben hier noch kein einziges Gesetz genannt, nachdem Sie das hier durchziehen dürfen. Mal abgesehen davon, dass Sie hier handgreiflich werden, ohne dass irgendetwas Ihnen getan wurde. Sie wollen ein Gesetzgeant haben, das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Da steht das drin. Was steht da genau drin? Das möchte ich jetzt exakt genau genannt haben. Doch das müsst Ihr vorher erläutern, bevor Ihr irgendetwas machen dürft. Wir legen Ihren Hand fassen, dann werden Sie das Dienstamt transportieren. Ich weigere mich. Unter Prozess. Unter Prozess leigere ich mich. Nein, es kommen überhaupt gar keine Straftatbestände auf irgendjemanden hier zu, weil Sie überhaupt gar kein Recht dazu haben, das hier jetzt zu tun. Sie haben keinerlei Rechte dazu und Sie können das, das ist bar jeglicher Gesetzesgrundlage. Das ist bar jeglicher Gesetzesgrundlage. Das ist bar jeglicher Gesetzesgrundlage. Wir wollen mich verachten. Ich möchte hier nicht angefasst werden. Ich möchte nicht angefasst werden. Ich möchte hier nicht an. Was soll das denn? Sie werden doch handgreiflich hier. Sie werden hier handgreiflich. Sie werden hier handgreiflich, weil Sie gegen den Willen eines Menschen verstoßen. Sie verstoßen gegen ein Grundrecht. Sie verstoßen hier gegen ein Grundrecht. Außerdem verlage ich von allen drei hier die Namen- und Dienstausweise. Ja, können Sie ja dann alle bekommen. Aber im Moment weisen wir uns durch die Uniform aus. Und außerdem treppen wir keine... Ja, und auf der Uniforme steht überhaupt nichts. Ihr trefft überhaupt keine Maßnahme, weil die Maßnahme nicht rechtens ist. Diese Maßnahme ist nicht rechtens. Hallo? Hallo? Finger weg! Was soll das denn hier? Hallo? Finger weg! Finger weg! Finger weg hier! Das muss aufhören. Das muss aufhören. Sie haben hier keine Berechtigung dazu. Sie haben keine Berechtigung, das hier durchzuziehen. Hallo? Was soll das denn? Ist mir egal. Jetzt ist die Dienstnummer sofort. Sofort? Die allererst Dienstausweisung, Dienstnummer. Hey! Hey! Was soll denn das? Was soll das hier? Was soll das? Das ist Polizeiterror! Das ist Polizeiterror! Hör weg hier! Hör weg! Hör auf! Hey! Hör auf! Hey! Wir sind weg hier! Wir sind die zweite der Hauptkasse. Kommt ihr klar aufhören! Was soll das hier? Was ist denn an euch getan? Was ist denn an euch getan? Was ist denn an euch getan? Kommt ihr klar! Kommt ihr klar aufhören! Kommt ihr klar aufhören! Kommt ihr klar aufhören! Kommt ihr klar aufhören! Dieser Mann hat euch nichts getan! Ihr habt kein Recht ihm weh zu tun oder ihn in irgendeiner Form anzufassen! Ich weiß, ihr verhandelt wie ein Schwerverbrecher! Kann doch wohl nicht wahr sein! Hey! Das ist Körperverletzung! Dienstausweis! Ich will den Namen und den Dienstausweis haben hier! Ruf 300 an! Ruf 300 an! Name und dieses Ausweise! Sehr genau! Der Wollscheid. Das ist ein Armutszeugnis für die Polizei aus Trier und Deutschland! dieser Mann hat euch nichts getan. Ihr benutzt Pfefferspray gegen jemand der euch nichts getan hat. Ihr habt absolut kein Recht dazu. Und dann kam halt dieses ganze Treffen natürlich nicht zustande. Sie hat auch keine Heilsitzung bekommen, so wie es vereinbart war. Ich habe Geld in den Sand gesetzt für dieses Treffen, auch über 300 Euro. Hat natürlich auch wieder gut getan auf Hartz IV. So geht das aber ständig. Nur Scheiß. Vielleicht soll sie auch nicht geheilt werden, keine Ahnung. Irgendwie hat Gott was dagegen oder so. Wie auch immer man das sehen möchte. Naja, jedenfalls, vielleicht ist auch ihr Karma zu heftig, wer weiß. Vielleicht ist auch mein Karma. Ich glaube es aber nicht, weil ich kann eigentlich ganz gut heilen. Die eine alte Hündin, die da hinten rumläuft, die habe ich auch schon geheilt. Die hatte irgendwie eine Entzündung an den Augen überall. So Schleim oder was? Paula. 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 Hier. 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 Sie hatte auch an den Augen eine Entzündung. Ist aber jetzt weg. War so komischer weißer Schleim oder so. Jedenfalls waren wir dann halt in Trier. Und die Polizei hat einfach, die haben ja auf gar nichts geachtet. Also wenn ich dann nicht die Leute noch eingeladen hätte von unserer alten Yoga-Gruppe, dann hätte meine Ex halt da wirklich Probleme bekommen. Weil die nämlich als halb Blinde, orientierungslos, ohne Karte, ohne Smartphone, ohne nichts, mitten in der Stadt gehockt hätte. In einer Stadt, in der sie sich nicht auskennt. Alleine. Und die Polizei hat einfach nur uns alle drei da eingesammelt. Die haben behauptet, wir hätten irgendwelche Waffen dabei. Zumindest irgendeinen Tipp vom Geheimdienst hatten die, dass wir Waffen dabei hätten. Hatten wir aber natürlich nicht. Keiner von uns war bewaffnet. Wir hatten versucht, das aufzulösen. Ich habe gesagt, ich kann den Mann identifizieren. Die brauchen, brauchen sie nicht zwecks Identifizierung mitzunehmen. Und der Sohn von ihm hat auch, kam auch an und wollte ihm helfen, wollte ihn identifizieren. Ja. Aber Pustekuchen halt. Die wollten das einfach nicht, dass dieses Treffen zustande kommt. Das wäre ja auch krass, also wenn sie jetzt geheilt worden wäre, durch meinen Yoga-Meister, dann hätte eine ganze Menge Leute, die Heiler, also alternative Heilungswege, vor allen Dingen Heilung durch Handauflegen, für Humbug halten, wahrscheinlich was Gegenteiliges gelernt. Und das mussten die natürlich um jeden Preis verhindern. Aber wer weiß, das sind alles nur Vermutungen, warum die das gemacht haben oder nicht. Jedenfalls sind halt Faschisten und Faschisten sind nun mal Faschisten. Dann kann man ja nicht viel machen. Ja. Genau. Und da gab es ja auch dieses Video. Und das Video, das habe ich damals halt unverpixelt hochgeladen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie mir meinen Rechner weggenommen haben. Irgendwie, den ich mir vom Mund abgespart habe. Und mein iPhone, das iPhone, was ich letztens verkauft habe, wiederbekommen habe, was ich verkauft habe. Und auf dem Rechner wurde natürlich dann auch irgendwie was gefunden, wo sie mich dann noch für ankacken konnten. Weil ich halt seit Jahren das Torrent-Netzwerk nutze. Und da haben die natürlich auch behauptet, ich hätte irgendwelche illegalen Sachen damit hoch- oder runtergeladen. Und das sind dann die dritten 1600 Euro. Dann sind wir schon bei über 4000 Euro. Also eigentlich sind es fast 9000 Euro, die ich brauche. Und eigentlich sind es auch 1,75 Jahre Knast circa, die das ausmacht. Also es ist schon heftig. Naja, in diesem Sinne. Also wenn ihr mich unterstützen wollt und es gut findet, was ich mache, beziehungsweise manche Sachen gut findet, die ich mache, und die Sachen, die gut sind, weiter fördern wollt. Und ich würde zum Beispiel auch gerne Orgoniten bauen, um den Elektrosmog noch zu verringern und zur Natur wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Da wirken die sehr gut. Habe ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich kenne auch viele Leute, die gute Erfahrungen damit gemacht haben. Wenn euch das Thema interessiert, Wilhelm Reich oder... Ich hatte auch mal ein Video darüber gemacht. einen Vortrag, den ich hochgeladen habe, darüber. Ja, und ich würde gerne eben selbstständig werden, vielleicht irgendwann mal mit meiner Arbeit. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall würde ich es mich freuen, wenn ihr mir helft. Oder vielleicht, falls ihr wisst, wo ich arbeiten kann, wo ich einen Job finden kann, dann sagt mir Bescheid. Schreibt es mir in die Kommentare oder so. Schreibt mich an. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute. Ich werde mich zur Not auch im Knast durchschlagen, aber ich werde natürlich alles versuchen, um nicht reinzukommen. Weil so arg, wie ich gemobbt worden bin früher, da weiß ich auch schon ganz genau, im Knast ende ich wahrscheinlich irgendwann mit einem Messer in der Brust irgendwo, weil irgendjemand nicht mehr aushält oder so, dass ich halt so bin, wie ich bin. Ich bin wahrscheinlich einfach der falsche Mensch für diese Erde oder so. Keine Ahnung. Oder keine Ahnung. Irgendwas. Die falsche Erde für diesen Mensch. Die falsche Gesellschaft. Oder vielleicht haben die Menschen auch einfach nur was Falsches gelernt. Ich weiß es nicht. Okay, macht's gut. Ich bin einfach nur was Falsches. 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 Vielen Dank.